Prozent Deine oder nicht die Füße die Tiefel Kippie wie auf die die Wurzke bieten und das ist eine Frechheit so etwas wie sie mir gebracht Kürtel zu sehen machen bei diesen zwei Arbeiter zu Ich fühle mich nicht gut gegen einen einreiten, weil ich zwar so nicht schnaxen. Einer der Schmeldschösen wird angegriffen! So. So. Hä? Ach so. Gebirgsrisse stirbt. Steht wieder auf, nimmt einen Stein in die Hand und fällt um. Das ist mir so bescheuert. Wenn das durch einen Erdenschütter oder so passiert ist. Ey, scheiß Karsch. Du ne Sau. Mach die Ramme kaputt! Wo ist die Ramme? Warte, da. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab da grad schon rüber gerettkommt. Boah, ey, das war echt! Boah, ja, aber hallo! Und tschüss! Nice. So, jetzt schauen wir mal. Bleib nicht hingehen! Wohin gehen? Da hingehen. Danke. So, jetzt mach mal ein schönes Wolkenbruch. Sehr gut, dann geben wir jetzt vor. Geben auf! Ja, das war auch schlecht. Natürlich, der Gewirksrisse ist nicht bleibt davon betroffen. Ist das normal? Wovon betroffen? Von den Wolkenbruch. Von den Wolken... Von den Wolken... Von den Wolken... Von den Wolken... Von Wolken... Von Wolken... Wolk... 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 Zurück an die Arbeit! Wir haben viel zu tun! Mach dich nütz! Das war nervenaufreibend! Das war brutalst eng. War das. Das war echt brutalst eng. Ich hab keine Rohstoffe mehr. Ich hab keine Rohstoffe mehr. Achso, das ist sein Held! Was? Ja, er hat nämlich noch seinen Helden da drin. Echt? Warum seid ihr da unten, ihr Spastis, ey? Ich muss mit dem Held weg. Oh, der Heilung? Ja. Wo sind der? Warte, 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 warte. Bei deinen, bei deinen zwei Helden, Kümmi und dein. Da ist da. Einig. Gut. Was war das? Die normale Heilung. Achso, ich dachte die vom Glück daheim. Ey, dumme Sau, als hat er das eingefroren. Jetzt hat er schon wieder eingefroren. Wie, was heißt schon wieder? Greif's halt an und lauf nicht immer da mitten drum rum. Ich bin nochmal eingefroren, das ist mich verarscht, ey. Ja, da ist er auch was abgekürzt. So, als ist mein Held wieder gleich wieder tot. Weil er wieder mittendrin steht. Echt? Ja. Ist er tot? Ja. Das Schlager wird angegriffen! Ich kann den weißen Drachen, scheiß mittlerweile. Ah, könnte ich auch, aber... Kann's nicht. Wieso geht der mit Ruggasch durch? Keine Ahnung. Ruggasch ist wieder schon tot. Da ist mein Ulrik. Jaaa, hau mal ein bisschen drauf. So, fix dieses Scheißkabel. Jetzt regt mich auf. Welches? Vom Headset? Ja. Jetzt ist besser. Echt, Mann, wie kann ein Scheißkabel nur so aufregen? Frag mich nicht. Jetzt hat der mir schon wieder was kaputt gemacht. Warum ist meine Esse schon wieder kaputt, die ich da oben gebaut habe, ey? Die waren, glaube ich, nicht fertig gewesen. Warum nicht? Weiß nicht. Vor allem brutal ist es bei mir, kommt er überhaupt nicht an. Ja, dann ist es ja gut. Eigentlich. Ja, jetzt komm, Ulrik. Verpiss dich. Ach, die Scheißkabel geht weg. Nein, keine, nicht diese schwulen Drachen. Kann es sein, dass Drachen schlecht gegen Einheiten sind? Äh, gegen Bogenschützen. Was fickt da jetzt durch? Das ist meins. Also, ich dachte, das macht ihr schon wieder den Scheiß. Ha, meine Ohre hat sogar nicht bis jetzt. Ja, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Jetzt hab ich's schon. Ja, jetzt hab ich's schon. Jetzt werde ich sauer. Ja, ja. Das kennt man schon. Äh, die Heldenstatue haben wir, glaube ich, auch kaputt gemacht. Mh, die Sachen sind jetzt natürlich die Esse kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. War's nicht die Heldenstatue? Nein, wie macht denn das dauernd? Das wird dauernd die Scheiß Esse kaputt gemacht. Die Verstärkung ist weg, glaube ich. Sollte. Sie ist natürlich nicht weg, obwohl's regnet. Ich hab bald keine Einheiten mehr. Ja, ich auch. Also, ich hab bei dir oben grad keine. Ich auch, fast. Also, nur noch die... Schau dir den Wichser an. Das ist deine Verstärkung. Ja. Soll ich was reparieren? Ja. Schau dir... Schau's dir an. Ja, woher weiß ich nicht. Mach was. Rums. Ey, der Wichser ist wieder das ein. Achso, der hat gleich mal deine Festung eingefroren. Eine He spicy oder dieуєэreme... why legen wir weiter? Ver- Wie viel Einheiten kommen denn da andauernd? Für Verstärkung! Reserve deine US- ciclin! Die Proeing- fries! Die knocag mich und die Kellner sind bereit. Du senkelijk quadratierst! Denk dann?" Na! Da, wo ist er? Da, auf der Rampe! Perfekt! Was? Ich halt so schon, klick, äh, schau auf ihn drauf. Ne, der hat auch ganz viel Leben. Achso, ja, jetzt schon. Ups! Jetzt ist es gerade gar nicht so schön. Ja doch, ich weiß nicht ganz, ich weiß nicht, wie es, äh, von Rohstoffen her ausschaut bringt, äh, von Gebäuden. Weil da hab ich nicht so viel. Ja, Rohstoffe kann nicht tun. Es ist meine schon wieder fast tot. Und ihre Arme röste sind dabei. Alter, ey, der macht meine Festung voll. Das ist ein scheiß, äh, Gewirksriesen. So, jetzt brauch ich dir wieder Rohstoffe. Ja, kann ich dir geben. Nein, ich werd einen verstärken, das passt schon. Achso. Okay, passt. Warst du genug. Boah, meine Festung ist, huuuuuh. Müsst du reparieren. Ja, ich hab ja schon. Das ist das Schlimme. Hab's ja schon. Ach, du würd' ich mal den Held, äh, der deine Einheit... Alter, was der Fenner. Bauch halt dein Baumeister worden ist mal. Baumeister? Achso. Baumeister. Hallo, mach doch jetzt. So. Ja, kaputt ist, du. Alter ging der schnell. Das dauert so ewig, bis du wieder da ist. Du meinst, ja, von der Fähigkeit her. Ja. 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 Ah, zu kurz. Bisschen zurückgehen, oder? Ja, ja. Geh mit deinem bisschen zurück. Nicht weiter, aber ein bissl zurückgehen. Ja. Mach dir da jetzt Baumeisterung rein um meinen Held? Ja, scheinbar. Ist der blöd, der ist so blöd. Also sowas kann doch bestraft, oder? Können ist er ja jetzt. Er bestraft sich ja selber. Ja. Aber hallo. Das kann... Das ist ja... Ne, ne, ne. Ja, der Ring wurde immer noch nicht gefunden. Der sagt dauernd Koloborien. Jetzt rennst du vielleicht mal vor, hey. Weißt, steht da wie ne scheiß Litwasssäule. Hahaha. Ich bin der Litwasssäule. Achso. Bitte gräuf mich nicht mehr für Litwasssäule. Ah, meine Fresse. Echt. Echt. Zum Kotzen, ey. Sind schon wieder fast tot, meine Helden. Wie viel Schaden die machen? Das ist gut. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Ich kann schon seit langem meinen Drachen. Jetzt hat er einen Ring gefunden. Ja, schön. Egal. Ziemlich egal. Die U-Rubs und ihre Anrichter sind die meisten einigen. Nein, 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 nein. Sie treffen uns an. Ich hab ja fast keine Einheiten mehr. Mhm. Ich hab ja fast keine Einheiten mehr. Ich hab ja fast keine Einheiten mehr. Wieso das denn? Weiß nicht. Wir können nicht mehr Soldaten sehen. Wer hat das gesagt? Aus der Tür. An die Arbeit. Okay. Nichts freuen. Ja, wir sind allein auf dich. Komm, komm, mach. Kannst du nirgends machen? Kannst du nirgends machen? Nein! Warum nicht? Weil es nix geht. Ich kann nix. Scheiße. Ich hab mein Held, mein Held. Held, 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 Held. Alter, wie meine Ringpumpte hochkriegen, ey. Schau dir das mal an. Verdammte Scheiße. Ja, 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 ja. Kommandierung rein. Ich hab, äh, vollkommen. Boah, wie bist du immer grad so, wie dann noch schaffen? Bis er Glück gehabt hat. Ja, total. Aber mit wieviel der ankommt, das ist frech. So ein bisschen kommt er bei mir manchmal. Aber ich mach das immer mit seinen Bildern. Drecks. Drecks! So ein Drecks ob den Scheiß gebürzt, das ist die Reichweite. Komm, auf den Gründer! Komm, auf den Gründer! Unmann, man, man, wie oft darf ich denn sie eigentlich noch den Gebätsschaden machen mit meinem Erddeck, das bringt nichts. Sie haben den Ring, das ist mir, du Wurst Käsewurst ist mir das Ich hoffe, du kannst mal wieder heilen Ja, ich kann heilen Ja, noch nicht, aber bald nicht Baus, halt jetzt Danke Ah, jetzt komm Schießt drauf, schießt drauf Schießt drauf Nicht, dass der mein, mein Kelk kaputt macht Maaa, mein Bogen schützen Träumen, mein Bimbus wieder tot Ach so, wie er nicht bemerkt, oder? Nein, der hat auch immer wieder Geben wir los Er ist der Zug total schnell Hör auf, mein Lager mal anzugreifen Das kann ihn noch nur machen Zack, mit Einwurf ist der scheiß Gewürz Was? Das kann eigentlich nicht sein Doch der hat einfach so viele gekillt Ach so Finde ich da geht Was ist mit meinem Baumeister da oben schon wieder hin? Das gibt's doch nicht, ich weiß wie viel Baumeister ich in dem Spiel schon hergestellt habe Ich kann's mir denken Das kann ja wohl nicht Jetzt rennt er mich hier unten ein Ah, 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 ah Wieso kommt er nochmal, Rogasch? Das kann doch nicht sein Geht's bei dir? Das mein ich Kommt er nicht stark da oben Ich will auf der jetzt schon Rogasch gemacht sein Ja, vor allem, was zweimal angenehmer ist Äh, und sogar unten so Unten so komische Tiere Du, ich sammle jetzt grad Fähigkeiten Ich kann nämlich grad Erdbeben und Sperrfeier Warte, ich kann, ich kann mir, bald kann ich das, äh Brauchst deine Heldkarteilung nicht, oder? Schade Also ich, ich hab jetzt meinen weißen Drachen Und ich kann jetzt bald Drachenschlag Wenn du nur ein bisschen wartest Ein Ticken Ein Ticken Ja, ja, klar Tick, 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 tick Ich wollte nur sagen Ich wollte zum Tage Ich muss nur, äh, warten, bis ich wieder auf die Bevölkerung komm Vielleicht kannst du mich aktuell nicht So, als hab ich hier mal so einen scheiß unfairen, äh, Dingswagen, ne? Ich kann ja auch mal sehen, was er damit anfängt Gar nichts Ja, stimmt, äh, wie schnell der den weg macht Ja, ja, sicher Der hat Zeug eingefroren Und ich kann mit Todesengeln weiter den Ding angreifen, obwohl er eingefroren ist Obwohl er eingefroren ist Aber es macht nix, hm Oh, ich hab 25 Punkt, jetzt kann ich's Oh, ich hab 25 Punkt, jetzt kann ich's Machst, wo machst du's hin? Moment Ich hab' jetzt auf jeden Fall wieder, ähm Jetzt beschäftigt der mich da unten schon wieder, hey Ich zum Kotzen Du kommst nicht vor Mach euch ganz Friert der sich wieder ein Die Drecksau friert der sich ein und ich kann dem keinen Schaden machen Ja, das hab' mir auch grad gesagt Ist das bei, weißt du, bei mir? Ja, ja Ja, genau Genau Das meine ich Waaah Vorrücken Diese Armee ist schon kurz genug Rums Ja, geh halt wieder vor, du Depp Und, wie schaut's aus mit einer, mit, ähm, Fähigkeiten? Wo rennen die denn schon wieder hin? Sag, mit Fähigkeiten mal um Ja, ich bin grad noch beschäftigt Hm Hier unten, dass der mich nicht einnimmt Geht's bei dir? Aber geht's? Ja Ja Seit wann können Schneetrolle eigentlich Todesengel überrennen? Ja, du bist ja inkompetent, das wusste schon jeder Also, kehr um Wie spinnst du, hä? Das kann ich denn noch für Fähigkeiten, ich weiß Ach, da Ich hab' alle Fähigkeiten Warte Es ruckelt Kann ich das doch noch mal machen? Arbeiter Boah, jetzt wüsste ich beim Blutschel so ein Abschluss Ich weiße, wie wuckelt denn das jetzt? Echt? Ich bomb da oben jetzt mal alles mit Essen voll Toll, jetzt ist da dein Gefallen, wenn ich aufgemacht Das ist, dass die eins Die drei sein Ja, toll, ist das Ohre auch noch gefallen, was du das, oder ja? Was? Die Bombardierung war ich nicht, äh, also die, ich hab's unten ingemacht, aber nicht oben Kann so ein Ja, ich hab's mich fast hinüber, auf der Rampe Ja Eng Wui, das war eng Wahnsinn Ich kann meine Fähigkeiten, wollen wir das jetzt machen oder nicht? Ja, ich kann sie auch Und jetzt kann ich auch verarschen Deswegen kann ich so, ähm Weiß ich noch nicht mehr zu nehmen Zum unteren nur Hält es kaputt, toll Ach, stimmt Ach, stimmt Das ist immer schön, die Festung, okay Ähm, ja, das ist einfach, was ich mach Gut, dann machen wir's jetzt drauf Mhm Hast du? Ja, ich mach's drauf Du, ich kann da... Es ruckelt! Es ruckelt, ich kann nicht! Gammel ich Ja, ich hab' den Trickstall gebraucht Ja, ich hab' den Trickstall gebraucht Ja, ich hab' den Trickstall gebraucht Ähm Tunnel da reinmachen Soll ich dann da welche hinschicken? Ja, das kann's machen Oh oh, bei mir ist ja viel los Was ist da da los? Was ist denn hier los? Nきます Einige oben Safe Wies, Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Helden alle vor er kannst du deinen auch bei mir in den Tunnel schicken ich glaub das ging nicht doch das ist das ist schade der ist bei mir drin gell und zwar nicht grad wenig der kaputt der kaputt zu reparieren er tat oder um eine Festung Alter was geht denn ab so ne eiskalte Drecksauge ich hab jetzt das da ist gut ich schick mal meine Bogenschüsse wieder hoch sie sind da drüben mein Held ist schon wieder tot was gibt's doch ich brauch Hilfe ich hab nichts mehr der Feind hat den Ring ist einer weg schon naja ich glaub ich dass das da witz ist wie du sie alle gründern unser Lager werft sie zu uns na ja 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 ich hab überhaupt keine Fähigkeiten wir gehen auf meine Festung ja ich bin ja schon dabei ja 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 Alter wie viele Katapulte da ja das fällt mir auch an was baum ist da hab ich noch das ist kaputt schicken am besten mal zu mir runter ich hab's gar zwei zurück an die Arbeit die Festung ist kaputt ja ja das macht nichts ohne Rohstoffe und zum wiederbauen hab ich ja aber ich möchte gerne meinen Held machen ja ja klar und deine Fähigkeiten ganz jetzt auch nicht das Bild ja wie war das jetzt nochmal regenerieren die sich währenddessen oder nicht nein nicht mehr auf jeden Fall hab ich auch keine außer Rohstoffe wie gefasst du ne ich hab 5.000 ach ja so jetzt reicht's jetzt mache ich hier meine Verstärkung rein das brauchst doch nicht ich bin dein doch ich brauchts wenn wir ne Festung bei mir wiederbauen dann verstärken und BAM ja bau's mal wieder ich komm das hier denk ich vorne alles abgebrochen dann baue ich die weiter hinten das ist erstmal dass ich Wax mach mach machts machts doch Alter wie der Bote schaals an mit Wax kann man nicht überreiten ne mit Wagen nicht Wagreiter ja gut ist aber auch mit Wagreiter rüstbar es ist über ein Tüter tot was ist es geht da ab nicht das sind echt Schadenkönig ey das ist ja ein vorhanden ich weiß es nicht ich sage also Pionier in dieser menschen Masse da machen was in dieser Monster Masse die werden alle weg gewesen was macht er rennt mitten durch und kriegt natürlich von überall Schaden schaut wieder blöd aus ob das viel bringt da auch schneller Mensch Bauer schneller die Kacke das kann ich das gar nicht richtig ich habe keine Rohstoffe ich schicke ich habe kein ich nicht mehr Rohstoffe wieviel kommt denn der da rein Alter, ist das brutal. Und du kannst auch so schlecht steuern, weil einfach nichts mehr geht. Ja, und jetzt kommt doch bei mir unten auch noch an, ja. Also, ist nicht schlimm, aber... Das hab ich verloren. Alter... Äh, kann ich verloren. Ich kann doch nichts. Ich kann nichts. Nix? Warum nicht? Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Hm? Boom, boom. Das kann ich. Toll, dieses Mann könnte nur, ähm, Einheiten sind. Äh, äh, äh... War noch ganz viele Einheiten. Nein, nein, ich mein, solche... Äh, Dingsbums, solche... Kriegsmaschinen. Nö, das kann man vergessen. Ja. Mann, es lief doch so schön. Ah, ich will die Fliege kaputt gemacht haben. Ich will's nicht wissen. Tja, also ich will mal sagen, das könnte man trotzdem hochladen. Oder auch nicht. Witz. Ah, es ist brutal. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wenn's wieder heißt... Schlacht und Mittel 2. Die, äh... Statistik schneid ich noch zum Schluss rein. Alles Bild. Und damit sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss. 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 ascass